So, wir gehen rein, 3, 2, 1, let's go, wird eh wieder kurz kommen. Ja, 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 okay. Wie hat die sein Augen nicht? Ja, der ist grad was. Bitte. Okay. Erste Runde jetzt, Letz, erste Runde. Er zieht Neymar, er zieht Neymar. Wer? NEYMAR! NIEMAR! Da ist mein Zap, 100k, let's go! Oh, linke Seite. X, aber ich habe oben links eine Million Coins. Oooooohhhhhh! Oooooohhhhhh! Messi! Oh mein Gott! Ja! Ah! Oh Gott! Oh! 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 Ich fahre auch manchmal noch rum. Also ich... Oh! Oh! pasó! Oooooooohhhh! Oh? Yorkert! Stürmer?! Stürmer! Yes! 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 Eikon! 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 Oh mein Gott! Endlich! Oh, Stolkopf! 2.15, 2.16, als ich aufgeräte mit Fußball. Messi! Digga, ich hab's gar nicht gerafft! Ich dachte gerade, da kommt die Maria! Video, wenn du Josh Strobel kennenlernst. Ich so, Digga, was soll das? Das ist scheiße! Oh, Cristiano! Ja! Ja! Sie! Walk out! Mal mal in! Argentinien! Right Wing! Messi! Messi! Nein, nein! Wer? Ja! Dem Genießen! Lionel Messi! Ja! Sag ich! Oh, ich glaube, das ist was Gutes. Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Eikon! Jajaja Tore! Eikon! Jajaja Tore! Ich hab' ihn! Jajaja Tore! Jajaja Tore! Jajaja Tore! Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digi, wo, wo ist das gedimmt gewesen? Wo, Junge? Oh mein Gott! Eins noch. Oh! Oh! Icon! Icon! David Beckon! Heils Maul. Sag ich! Sagen Sie es nicht! Sag ich! Sag ich! Das wird lustig. LOL! Im Silberpack, Alter. Der war einfach in Inform drin. Amasito Nasenpack? Boah, ich weiß nicht. Wir brauchen gar nicht viel reden, Chat. Wir brauchen gar nicht viel reden! Ich brauch kein Nasenpack! Ich hab kurz gedacht, dass ich schon wieder Bruno ziehe, aber den hab ich schon... OOOOOOOOH! ANTHONY! Let's go! OH! SON! Aber scheiß Son, Digga. Da knallst, da knallst, da knallst, da knallst. Scheiß Son, Digga. Ist es Tomori? Halt's Maul. Es ist Tomori! Let's go! NO! Wir müssen jetzt mal ein bisschen Packs ziehen. Sonst komm ich ja gar nicht mehr hinterher. Warum will keiner Pelé haben? Kann man den auch ziehen? Den kann man auch... MAPI! 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 Wir haben MAPI! Ich hab ihn weggedrückt! Äh... Walkout! Vamos! Piqué! Äh, Alter! Waaas?! Da hab ich noch's für den Kuck. Walkout! Argentinien! Erefs! Messi! AAAAAAAA! YES BABY! 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 Jetzt ziehen wir was krasses. Eiken! Eiken! Oh mein Gott! Ist doch ich ge... Dass die mit... Dass die mit... I can't untrade! Oh mein Gott! Ha! Ooooooooh! Was?! Freunde Mike mit nem voller Rucksack. Wellback mit nem voller Film. Vielen, vielen Dank! Kuss! Was redest du? Was redest du? Oh mein Gott! Ich hab CR7 gezogen! Ich hab CR7 gezogen! 2, 3 Packs sind's! I can! Ach ne, Inform! Ach Digga... Dad, can you buy... No more go den da ja? Ne, aber nochmal... Oh, oh! 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 Wie hihihi! Oh! Ich bin selber überrascht bisher. Aber man sollte es nicht zu früh loben, ansonsten kommt am Ende nichts mehr. Okay, das war anscheinend ein Walkout, habe ich nicht gesehen. Da müsste 600.000, 700.000. Oh, es knallt schon wieder, es knallt hier. OTW? Portugal? Sanchez? Oh mein Gott, der ist ein Brecher. Das Problem ist, ich kann ihn nicht verkaufen. Ich kann ihn nicht verkaufen. Oh mein Gott, was? Was? Das sind zwei im einen. Hallo? Hallo? Oh! Walkout, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte! Magst du das Beste, was du gezogen hast? Virgil? Äh, nee. Wer war noch mal mein Bester? Du? Als ich reinkam. Van Dijk. Van Dijk und Ederson. Was kostet Van Dijk? 100.000. Van Dijk? Also Virgil hast du nicht... Der Beste war Van Dijk, nicht Virgil. Das ist Virgil. Von Dijk war mein Bester. Ja. Heißt der Virgil van Dijk? Woher soll man das wissen? Woher soll man das wissen? Der heißt denn Virgil? Das verarscht mich. Messi! Alter Schwette! Guck mal, Babymüller. Nedgr, knallt bei mir rein, ne? Groder, knallt bei mir rein. Dass ich Babymüller eingebe. Da knallt's. Da knallt's, Chat! Gottiona, rufter doch direkt an. Ja, siehst du das? Siehst du das? Warte. Warte. Da. Ich habe auch gesagt, voll das hässliche Foto von dir. Aber jetzt hast du ja schon den direkten besten Spieler gezogen. Ich habe schon jetzt direkt den besten Spieler gezogen. Warte, sag mal Hallo hier für den Chat. Oh, warte. Moin. Ich bin hier gerade mit Jule Brand essen. Du Wichser. Du Wichser. Ohne mich wärst du da niemals rausgekommen. Du wirst immer noch da schwimmen. Das stimmt, Digga. Du wirst. Vielen Dank.